Jo, moin moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ähm, Zeitverlöte 4 Oh ja, ich hätte, ich will schon mal Feinde looten, ne? Ich hab doch, sind da auch schon mal Feinde, oder nicht? Was sind noch welche? In der Brücke da oben Naja, waren mal zwei Kommt doch alle her, kein Problem Und tschüss Oh, Alter Der ging immer voll auf die Nüsse Oh, Step by Step So Und wie gesagt, umso mehr Leute jetzt ankommen, umso besser ist es für mich Weil dann habe ich weniger zu tun Äh, wenn ich wie gesagt In den Endbus gehe Oder an den Endbus Keine Scharfschützen Munition Haben wir nur noch sieben Schuss? Wow Keiner? Gar nichts? Okay Ich hätte tatsächlich Na gut, dann müssen wir da jetzt trotzdem hoch Warte mal Das war ja eigentlich der ursprüngliche Plan, da hochzugehen Ich wollte Dann kam auf einmal fein Und noch ein paar Leute angelaufen Und dann kam auf einmal Und dann kam auf einmal Und dann kam auf einmal Was ist das? Ich habe jetzt hier Der Bootbauer hat Beweise zu bilden. Ich muss sicher sein. Ich brauche meine Kuppel. So, der ist Geschichte. Ja gut, ich würde jetzt tatsächlich gerne die Verwirrung einfach ausnutzen. Alles vor dem Falle eingesetzt. Könnte man, kann ich die Leuchte? Na super. Können wir denn auch Munition? Ach, Tür noch. Gut, dann haben wir uns ja Jungen. Tot. Das Gute ist, sie haben keinen Panzer. Zumindest nicht mehr. Nicht hier. So. Alle Feinde sind tot. Also zumindest hier die. Ich glaube, dass Rutschelt noch ein paar Leute hat um sich rum. Ich vermute, dass er im Minimum nur einen Panzer hat. Aber wie gesagt, naja. Da oben ist noch was. So. Ja, wie soll die Kit? Gut. Ich brauche auf jeden Fall ein Minimum bisschen was. Ich brauche Munition vor allen Dingen mal. Schnauze. So. Das ist der letzte. So. Das ist der letzte. Artillerie. Oh, wir sind Level 14. So. Uns fehlen noch die Informationen. Da lang. Da lang. Das ist mal so meine Vermutung. Das ist mal so meine Vermutung. Und die. Und die. 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 Schätze, ich habe alles eingesammelt 1. Ich mache mich trotzdem ganz ruhig hier. Uh, nice! in der minimum be Sony. Munition. Doch, da. Ich vermute, dass der hier irgendwo links hinter... Dass der hier unten irgendwo rumchillt. Okay. Das ist über mir, ne? Das ist unter mir. Also muss es irgendwie nach unten gehen. Das ist unter mir. Hä? Okay. Ach, ich wollte nie hier kommen die. Sonst nichts. Das ist das Ziel. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt weiß ich, woher die auch kamen, die Jungs. Jetzt weiß ich, woher die auch kamen. Ey. Das muss ja noch mal gesagt werden. Ernsthaft jetzt? Ist es sicher? Ist es halt nicht auch wirklich aufgefallen? Ja gut, da laufen noch ein paar, zwei Feinde. Aber egal. Wir müssten nicht tausend Prozent die Feinde alle töten. Sondern wir gehen jetzt hier mal runter. Und hoffen, dass wir das finden, was wir suchen. Die Pläne besuchen wir nicht. Aber zumindest irgendwo müssen wir hier, müssen wir lang suchen. Die Pläne. Da sind sie doch. So. Jetzt gehen wir in den Tresor. Verstecken wir uns kurz, damit die nicht irgendwie angelaufen kommen. Und warten wir kurz, bis es knallt. Haben ihn. So, wir holen uns die Pläne. Und haben sie. Da bin ich wohl auf Gold gestoßen. Gut. Und dann fehlen uns noch eins. Endlich der Kollege hier. Wir müssen ihn töten. Wir müssen jetzt erstmal hier raus wieder. Und dann müssen wir unseren Freund erledigen. Aber wie gesagt, ich vermute, dass der Minimum ein paar Feinde hat. noch Freunde, noch Verbündete hat. So. Die zwei da. Die gehen wir ein bisschen auf. Infadrickel. Tot. Tot. Ich weiß, dass er noch welche hat. Ich weiß, dass er noch welche hat. Ich weiß, dass er noch welche hat. So. Tot. So, jetzt gehen wir Dings holen, hab ich den andern schon gelootet und der habe ich noch vergessen, ne ich habe ihn noch vergessen. Okay, dann haben wir den. Wir wollen jetzt ja aufbauen. So, aber der hat natürlich, er hat auch Munition, hat er. Vier, hat er noch. Wir müssen ja wie gesagt noch Rotbauer töten, alles andere brauchen wir nicht mehr machen. Wir haben ja alles soweit und dann sind wir durch mit diesem Level. Das Gute ist, wir können uns hier schön frei bewegen. Wir haben nichts mehr so wirklich an, äh, Feindpräsenz, nenne ich es mal. Kommen wir da gerade weiter. Äh, ja. Dann gehen wir hier runter weiter. Und wir müssen jetzt hier ein bisschen durcharbeiten, durchbewegen. Warte mal, was er jetzt vorhat. Warte mal. Wenn er jetzt hilft, dachte ich beim Stumpf, diese, auf die, äh, auf die Villa. Boah, das wäre perfekt. Das wäre richtig perfekt. das ist alles. Okay, der möchte nicht. Die möchten auch nicht. Okay. Die interessieren sich gerade nicht für mich. Ich muss jetzt gucken, wie, wie komme ich jetzt hier weiter? Ich muss ja hier raus wieder, eigentlich. Ne? Hier sind doch noch Feinde. Also zumindest zwei. Tod. Wenn ich den anderen mal sehen würde, der irgendwie da hinten schillt. oder? Dann habe ich es ja fast alle, ne? Da müsste ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel der noch hat, aber ich habe ja eben den ganzen Schwall aus, also für mich eben, wo ich, äh, später, äh, den ganzen Schwall an Feinden ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Ah, hier. Gut. Loot, loot, loot. Und den letzten Teil probieren wir in der nächsten Folge. Dann wäre schon die letzte Folge dieses Levels. dass sich zu der lobby ist vielleicht mal, oder es wäre schon passiert. Und wieder jetzt, October, ist für unsビray März. Und jetzt mal überhaupt, ist unsere Hayterätte. Untertitelung des ZDF, 2020